hallo und herzlich willkommen herzlich willkommen zu einer neuen folge stoneblock jetzt ist hier die madame zitterhans dran nein du dich deine ogen du hast auch was geplant leg los du sau das erlaubst du dir ja ich glaube gesagt ich michein mal gucken ist mal ein pokoller ist mal ein pokoller so das 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 kohlsamich ist mal ein wenig ich kann es nicht kontrollieren macht die kontrolle ich will mal kurz coole muhle die kinder stehe diesmal mitten im raum und das beabsicht macht die bähne zusammen du karte das freutig gelenkische fischer kann man die ganze festschrauben die das nicht mehr macht die sie machen auch noch oder weil die wir zu zweit würden locker die 30 tages challenge schaffen ja zu zweit sind geht also unser top so schnell oder so so ich komme gerade bei mir aufs dingsbums ging mir einer auf den bäcker so 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 naja ich werde mir jetzt auch noch ein bisschen Musik anholen meine ist abgekaut so 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 jetzt so ein stonium brick was du da am anfang gekriegt haben wird nicht naja das ist so dein eigenes ding ich mache es nicht deine aufgabe du bist aufnahme nicht aber ich könnte dir wenn du willst ich baue dir mal schnell was schönes so ist auch noch glaube ich nicht alles diese chest direkt mir auf Derjenige, der nämlich nicht dran ist mit der Aufnahme, soll nicht dem, was gecraftet wird. Wegen Braten und so'n Scheiß, weiß noch. Da hab ich jetzt einfach mal kurzfristig einfach mal ein Ding drauf gestellt. Ich schau mir mal kurz hier ein bisschen Kohle ab. So, so, kommt es so da rein. So. Aha, es braucht zwei. Scheiße. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Okay. Okay. Immer kurz da kurz. Komplett weg. Das kommt raus. Für 2 Minuten oder so. Was anderes. So genau. Das ist jetzt mal genau absichtlich außerhalb der Zuschauer gemacht. So jetzt darfst er. Ah hab ich mir gedacht. Wo hast du mehr? Du hast doch das gesiegt. Hat ich da schon eine Messung gemacht? Ja. Fünf Stück hab ich geklaut. Dafür. Und dadurch, dass wir die Putzenhaube haben, habe ich aber auch kein Problem gehabt. Nö. Was? Ja. Wie? 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 Mir geht auf den Pils. Weil ich glaube... Das wird so normal. Also Putsi ist eine Katze, der braucht sehr viel Aufmerksamkeit. Ja. Aber wir wollen mal kuscheln, dann will er nicht. Das ist eine ganz komische Katze. Entweder man nimmt ihn so, wie er ist, oder man erschießt ihn. Oder? Nee, nee, nee. Nein, jetzt nicht. Das war jetzt mehr ironisch gemeint mit der Katze, aber egal. Wenn es einer falsch verstehen will und so, die kriegen dann halt sie auch mit nur zu... Die Katzen kriegen bei uns genug. Da können sie nicht viel tun. Die haben alles, was sie brauchen. Und mehr. Ja. Morgen kriegen sie sogar noch einen neuen Katzenbaum. Äh, Katzenbaum. Katzenbaum, ja wohl. Den Katzenbaum, ja. Den Katzenbaum, ja. Ja. Ja, sag's doch. Aber ich muss mal sagen, das Jurisch ist immer noch am schlimmsten. Also hier, wie heißt das gleich noch mal? Islamische Sprache. Boah, diese Jurgen. Ich verstehe diese gewisse. Ja, ja. Du bist ja auch Kino. Wärst du eh, dann würdest du das deutsche nicht verstehen. Ja. Das ist arabisch. Ich werde damit nie glauben. Ich denke, der eine da... Ich nenne jetzt absichtlich keinen Namen. Ähm. Der... Also ich sage jetzt mal so ganz grob nur, dass er sich selber angesprochen fühlt. Der Döner-Mensch. Ähm. Na, was denn? Ähm. Ähm. Er versucht ja, äh, gleichzeitig russisch, arabisch und... Oh Gott, die ist die andere Sprache. Jetzt hab ich noch vergessen von der Sprache. Ach, also Dschungelvolk. Keine Ahnung. Ähm. Zu lernen. Aber er kriegt ja nicht mal Deutsch durchgeschissen. Du musst bei jedem Wort, wie sie geschrieben wird, muss man googeln, ob es so richtig ist. Schön. Das ist echt kein Scherz. Das ist wirklich so. Besonders wenn er ja dein Zeug korrigiert. Da guckt er einer und bei Google, ob das überhaupt stimmt. Hä? Weißt du? Warum? Ähm. Weil er irgendwie nicht mehr klar kommt damit. Warum? Ähm. Ähm. Weil er gar keine Woche mehr bei dir. Das ist, äh, korrigieren. Wo ist zu viel schon gewesen? Ja nun! Denkst du mir, wenn ich den Herkopf hatte? Ich hab schon gesagt. Ähm. Bald werde ich. Wir brauchen schon einen Hauschuhball. Ja, ja. Liegt parat. Müsst du dich kopieren. Was liegt parat? Eicher Tag. Na wieso? Ich hab doch, wenn er erst das erste Buch hat. Naja, ich hab doch nur gesagt. Bald ist es so weit. Dann hat er gesagt, Jodo, Tag, äh, das Buch liegt bereit. Du brauchst doch nur eine Kopierung, wenn es so weit ist. Äh. Hm. Hmhm. Du brauchst es halt zweimal. Okay. Oh, genau. Ist egal. Kriege ich wieder Kopfschmerzen, wenn ich an den Scheißding gleich stehe. Nach jeder Färschen Kopie wiebt das Ding. Oh, also kriegst du denn so viel. Weißt du? Ja. Bin ich froh, dass unsere Dokumenten die Schnauze hält. Ja, sowieso. Ja, wir haben ja schon. Ja. Ich hab ja den tollsten, billigsten Patronen ja schon was für so was es gibt. Soll noch mal bestellen. Ich bitte um eine Spende für neue Patronen. Ne. Wäre das jetzt ernst nun auch. Ach so, hier unser, äh, Tipi, äh, irgendwas stimmt damit nicht. Tipi? Ähm. Tipi Stream. Ähm. 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 Ach ja. Du hast doch das Superschwert. Ich weiß. Dann nutzt du doch. Ja, trotzdem hab ich gesucht. Alter. Ich weiß nicht. 45 Soli- 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 Die- Falt- Experience. Alter. Ich hab ja in der Buchli. Na klar. Ich glaub doch. Geht los, ja. Der erste Praktische. Expozif? Nein. Näh, na, 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 ne, 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 ne. Mh. Ne, nach hin, expozif. so was macht man denn jetzt am besten was gescheit ich habe eine anform blutdings so Kuchen! Achso. So, lass den. Komm mal vor, ich will mal aufbauen. Au. Hasi, ich mach mal kurz was für dich. Bewegt dich mal, Jo. Mach mir mal was. Putsi! Hinten ist ein Aufgang für dich gemacht. Wieso? Hier oben ist ein Haus mit dir. Hier unten spielt so? Ja, was da tinkert. Nee, nee, der ist wohl nur gehobt. Gut, ist clean. Alles gut. Passt. F7, ne? Ja. Also hier unten ist jetzt alles ausgeleuchtet. Mhm, ich bin grad hier oben. Ich hab mir das gleich gehofft. Ja, das kriegst du bei den Dinger dauernd. Ja. Haben wir noch die als Übo oder als Erle verschaubelt? Wer haben noch? Hm. Ähm, kannst du mal so eine Big Chest machen? Ähm, nein. Gut. Hat auch nicht. Bicht auf. Ach ja, hier china. Deal. Ähm. Ähm. In der Ecken, kommt auch eine mode die wir eingefügt haben es hat aber auch noch was platztechnische gründe eigentlich meine anfangs b es muss man auf die koordinate gucken jetzt war mein oben hier genau an diesem punkt so müssen wir aufpassen dass da wo du sponst nicht hier dinger sind was steht wenn ich dann hier kann ich draufkommt dann ist das schon mal wieder ich kriege nicht so viel mit dem fisch ich weiß es wird gut geschickt weißte dass er nicht unbedingt gleich abflug macht der knallt trotzung auf der tisch kann da ja schon mal mal guckt ja hab ich gesehen die hat so wie ich gesagt also dir ist es über ach so ich hab das schon mit geschnitten dass du da was gemacht hattest weißt du sonst frage ich ja nicht noch das war mir schon mal den bohren kriegen das war mir kracht ein hoch auf den neuen besitzer ist er noch aufgetreten als vorher dann macht er wie weniger kaputt als vorher wie positiv ja man merkt wirklich dass wir echt nur eine wohnsam aufnehmen wenn du was machen willst du machst ich versuche ja werde ich aufgang nach oben aber schuppe ohne inventar also steht da oben der kiste bleibt mir nur eine stein picke mitnehmen das eine geht relativ gut mit der chronik rüstung das andere da brauchen wir die ganz hohe rüstung und bis dahin brauchen wir diese komische super tp da so nenne ich es machen du kannst ja mit wohnen klickt ihr jeden scheiß ziehen die du brauchst ja wir können ja trotzdem nur halt wirklich für die sachen die die automatisieren wollen wie zum bleich dürfte ich da jetzt mal so gemacht mit dem generator da können wir dazu so eine test dahin stellen die das macht dass die generatoren weiterlaufen ich würde jede quest ganz normal durchglauben ohne irgendwelche sachen dafür zu erschießen außer die rüstung die ganze jahre bei mir lagts aber auch auf und zu naja manchmal mächtige gestand weg ich weiß gerade nicht mehr was ich tun soll ich würde mal hier unten und unter mit weg ich will dass du in einer folge meinst sie ist das markiert deine folge ist noch ein bisschen länger ausnahmsweise kriegt deine folge überlänger du bist zwar jetzt schon du bist genau jetzt auf das wo ich eigentlich schluss machen will das machen wir jetzt noch drüber also bis auf 30 ja wohl ich gehe jetzt auch da würde ich gehe noch ein oder du mal weiter ich fahre mal aus der überraschung da wenn man vom kaufler der drastend kommt Das ist schon wieder Monsterhandsung. Ich hab keine. Ich hab keine Ahnung schon wieder Monsterhandsung. Wahrscheinlich weil ich falsch bin oder so. Kein Gefangenschlag. Weißt du was ist das? Hm. Jetzt kannst du erstmal ein Abo. Und dann mach mal. Ich fackle aus, du wie ihn meinst. Viel Spaß dabei. Weißt du mal ein Teil davon. Geile Sache. Ich weiß nicht. Jo. Vor allem du siehst voll wo die Fackeln rumgehen. Krass. Warte mal. Stopp. Warte mal. Stopp. Geil. Okay. 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 Dann sind wir fertig. Da werden wir mal die Folge so ganz geschickt und galant wie wir sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von. Bis zum Glück zwei. Wieder. Dann machen wir uns nochmal raus und ciao. Tschüss. some, wir sehen uns im Augenblick. Vielen Dank.